Feuer. Hier gibt es auch noch eine zweite Etage, also nicht nur die erste. Und jetzt gehen wir hoch zu der Dachterrasse und schauen die uns mal an gemeinsam. Ja, wir haben alle hochgerannt. Mit einer Hängematte. Ein Tisch mit ein paar Stühlen, da kann man sich dann raussetzen. Das mit der Hängematte ist natürlich auch mega die coole Idee. Und wie gesagt, freier Himmel wie eine Terrasse und auch mit einem wunderschönen Blick. Richtig schöner Blick. Und wenn dann das Wetter noch passt, dann kann man hier richtig schön sitzen. Und das genießen seinen Urlaub. Richtig. Richtig. Richtig.